Lange Zeit galt er als der gute Nazi, Albert Speer. Sein Image als junger Architekt, der von dem dämonischen Diktator Adolf Hitler verführt wurde, ist jedoch nur seine Erfindung. Er hat sich bewusst für den Nationalsozialismus entschieden, weil das offensichtlich das war, was seinem Charakter und seinen politischen Zielen am nächsten kam. Speer will Macht, Geld und Einfluss. So viel wie möglich. Geschickt sichert er sich das Vertrauen Hitlers, der ihn jahrelang uneingeschränkt protegiert. Speer ist buchlos, er ist brutal und er setzt jedes Menschenleben ein, das er kriegen kann. Für seine Projekte lässt der Architekt Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge Sklavenarbeit verrichten. Tausende sterben. Er ist kein fehlgeleiteter Idealist. Er ist ein Täter und ein Verbrecher, auch wenn er einen feinen Anzug trug. Nach Kriegsende inszeniert sich Speer als reuiger Sünder. Doch seine Mittäterschaft an den Gräueltaten des Regimes leugnet er. So entgeht der gewiefte Taktiker der Todesstrafe. Hitler und der Zusammenbruch seines Systems haben eine ungeheure Leidenszeit über das deutsche Volk gebracht. Adolf Hitler ist der Kopf eines menschenverachtenden Regimes, das die Welt mit Krieg überzieht und Millionen Menschen ermordet. Doch die Umsetzung seiner Pläne liegt in den Händen seiner engsten Komplizen. Wer waren diese Männer? Und was trieb sie an? Albert Speer studiert seit 1925 an der Technischen Hochschule in Berlin Architektur. Der 20-Jährige stammt aus einem großbürgerlichen Elternhaus. Schon sein Vater ist ein erfolgreicher Architekt. In der Reichshauptstadt finden damals nahezu täglich politische Kundgebungen statt. Besonders die NSDAP hat es Speer angetan. Speer sieht diese Partei als ein Elitenprojekt. Er möchte für eine höhere Idee leben, für größere Ziele leben. Und nun sind da die Nationalsozialisten, die sagen, wir bauen ein neues deutsches Reich wieder auf. Wir lösen diese wirtschaftlichen Probleme. Wir wollen eine klassenlose Gesellschaft, eine solidarische Volksgemeinschaft. Geführt von einem von uns, einem aus dem Volk, einem Volkskanzler. Josef Goebbels ist der Lautsprecher der Bewegung, macht Wahlkampf für den späteren Kanzler Adolf Hitler. Speer gelingt es, über Berlins führende NS-Funktionäre Kontakt zu ihm aufzunehmen. Das zahlt sich schnell aus. Goebbels beauftragt ihn mit der Umgestaltung des Berliner Gauhauses der NSDAP. Albert Speer hat sich, obwohl er eine Stelle an der Universität, an der Technischen Hochschule in Charlottenburg hatte, dann statt für diese Stelle für eine Karriere im Nationalsozialismus entschieden. Das heißt, er hat ganz freiwillig eine sichere Position aufgegeben, obwohl viele, viele seiner Kommilitonen so eine Stelle als Sechser im Lotto empfunden hätten. Er hat die aufgegeben, um sich für den Nationalsozialismus zu engagieren. Albert Speer ist früh ein sehr ehrgeiziger junger Mann. Er will was erreichen, er will was werden, er will, für den Architekten natürlich ein merkwürdiges Wortspiel, aber er will gestalten und tatsächlich. Er will bauen, er will große Gebäude bauen, er will bekannt, er will berühmt werden, er will Einfluss haben, er will reich werden, er will Macht. Na ja, und hinzu kommt seine Intelligenz, seine Eloquenz, sein geschicktes Auftreten, sein rhetorisches, sein kluges Auftreten. Er gibt sich immer ein wenig vornehm, kühl, distanziert, er wirkt ein wenig vornehmer, auch wenn es in Wirklichkeit gar nicht ist. Nach der Ernennung Hitlers zum Kanzler räumen die Nazis im März 33 die letzten Hindernisse für die Diktatur aus dem Weg. Mit dem Ermächtigungsgesetz bekommt Hitler freie Hand für seine größenwahnsinnigen Pläne. Sein eifrigster Gehilfe, Speers Mentor Josef Goebbels, wird Minister für Volksaufklärung und Propaganda. Und Albert Speer ergreift die Chance, sich für die NSDAP unentbehrlich zu machen. Er baut die Kulissen für Goebbels kolossalen Nazi-Aufmarsch am Tag der Arbeit auf dem Tempelhofer Feld. Seine zentrale Rolle in den ersten Jahren ist, Massen organisieren und öffentliche Auftritte inszenieren. Das ist das, was er auf dem Tempelhofer Feld macht, das ist das, was er auf dem Bückeberg macht, das ist das, was er in Nürnberg macht. Und er ist aber in dieser Zeit, 33, 34, noch einer unter vielen. Er ist noch nicht die zentrale Figur. Dadurch, dass er sich aber bewährt bei diesen Organisationsfragen, wird er immer stärker zu einer zentralen Figur. Weil Goebbels, der das als Propagandaminister als Gesamtverantwortung hat, natürlich darauf angewiesen ist, dass es Menschen gibt, die ihm da helfen. Immer näher arbeitet sich Speer an das Zentrum der Macht heran, Adolf Hitler. Schließlich gelingt es ihm, den Diktator persönlich zu treffen. Speer lernte Hitler praktisch auf der Baustelle kennen. Wann das genau stattfand, wissen wir nicht. Irgendwann im Frühjahr 1933. Und Hitler versteht sich ja selber nicht als Politiker, das hat er immer wieder betont, sondern als Künstler und auch als Architekt. Er sieht quasi in dem jungen Speer sein alter Ego. Das ist etwas, das er eigentlich auch machen möchte. Und es kommt zu einer freundschaftlichen Beziehung zwischen beiden Männern. Hitler gefallen die monumentalen Entwürfe Albert Speers. Der wird nun zum maßgebenden Architekten des Führers. Er hält den Auftrag, im Nürnberg ein Gelände für die Reichsparteitage der NSDAP zu gestalten. Rund zwei Jahre später sind die ersten Bauten fertig. Der Architekt gewährt dem NS-Fernsehen ein Interview, stilsicher im BMW Cabrio. Wir haben das gezeichnet, dass wir sich hier treffen vor der alten Kongresshalle und Sie können uns ja vielleicht auch einiges sagen. Sie sind der Reichsarchitekt, Sie haben ja all das gebaut hier draußen, nicht wahr? Ja, ja. Na und was gibt es hier nun noch zu sagen über die Luitpold Arena? Im Großen und Ganzen sind wir in der Luitpold Arena ja dieses Jahr fertig geworden. Auch die Luitpold-Halle ist fertig, aber alles das, was Sie hier gesehen haben, ist ja eigentlich erst ein Anfang einer ganz großen Anlage, die im Laufe der nächsten Jahre entstehen wird. Das ist also eine Inszenierung, die zeigt, hier kommt ein junger, dynamischer, organisierter, dem Nationalsozialismus in seiner Modernität entsprechender Funktionär und der kann uns was darüber erzählen, wie toll das alles wird. Auf dem Obersalzberg hat sich Adolf Hitler ein luxuriöses Anwesen herrichten lassen. Hier wird er etwa ein Drittel seiner Regierungszeit verbringen. Zusammen mit seiner Geliebten Eva Braun und umgeben von seinen engsten Vertrauten. Speer gehört bald dazu. Er engagiert sich dann so weit, dass er auch am Obersalzberg eine eigene Unterkunft bekommt, dass Bormann für ihn ein Atelier einrichtet. Er mietet ein Haus am Obersalzberg, sodass er immer möglichst nah an Hitler ist. Das ist eines der zentralen Machtelemente von Speer. Er wollte nah an Hitler sein, das ist ihm auch gelungen, hat sehr viel Zeit dafür aufgewandt. Also nicht seine Familie stand im Mittelpunkt, sondern die Linie zu Hitler stand im Mittelpunkt. Diese Familien sind auch immer mit auf dem Obersalzberg. Ja, also ist ein Kreis auf diesem Obersalzberg um Hitler herum und Speer ist der Star dieses Hofstaates. Albert Speer und seine Frau gehören sehr schnell zum Hofstaat Hitlers. Also bei den Gesprächen auf dem Berghof sind die beiden gern gesehene Gäste. Naja, das ist sozusagen ein gepflegtes, bürgerliches Paar, was dort auftritt. Eloquent, rhetorisch geschickt, klug, klug genug Hitler zuzuhören und nicht zu widersprechen. Auch das gehört dazu. Das heißt, Albert Speer bewegt sich wie ein Fisch sozusagen in diesem Gewässer der gegenseitigen Gunstbezeugung, der Emporkömmlinge, der Karrieristen. Das ist ein Terrain, auf dem er sich sehr, sehr sicher bewegen kann. Naja, heute würde man sagen, er schleimt sich ein wenig ein, aber sicherlich war er ein Günstling, der sich aber nicht verbiegen musste, politisch schon gar nicht. Er war von diesem Hitler und von dieser Diktatur voll überzeugt. 1937 wird Speer zum Generalbauinspektor für die Reichshauptstadt. Er soll Berlin nach seinen Vorstellungen umgestalten. Später erhält das Projekt den Namen Germania. Speer soll nun das neue Berlin bauen, Germania bauen, die neue Reichshauptstadt bauen. Und Spuren davon sind bis heute auch sichtbar. Tatsächlich sind die Bauten nicht wirklich umgesetzt worden. Speer hat es ganz geschickt geschafft, Modelle anfertigen zu lassen. Dieses Germania existierte nur in Pappe, in Pappmaschinen. Aber diese Pappe wurde tatsächlich abgefilmt und abfotografiert, sodass man auf Bildern oder auch in Ausstellungen das Gefühl hatte, dass dieses Germania schon existiert. Seit 1934 laufen Planungen für die neue Reichskanzlei, Hitlers Amtssitz in Berlin. Mehr als fünf Jahre dauert die Fertigstellung der monumentalen Räume, die vor allem eins ausstrahlen sollen, Macht und Dominanz. Er möchte, dass Hitler die Welt beherrscht. Und diesem Weltenbeherrscher baut er seine Architektur. Albert Speer gibt dieser Diktatur den architektonischen Ausdruck. Man sieht das in Berlin, man sieht es schon an der neuen Reichskanzlei, aber auch die Reichstagsgelände mit den Bauten in Nürnberg. Also Albert Speer schlägt diese Diktatur in Stein. Speer erhält umfassende Vollmachten. Wer seinen Plänen zum Opfer fällt, spielt für ihn dabei keine Rolle. Im Zuge dieser Stadtplanungen geht es auch darum, dass man natürlich in den Vierteln, die man abreißen muss, Wohnungen hat, die von Menschen bewohnt werden. Nun kommt es nicht von ungefähr, dass Berlin als eine Stadt mit sehr vielen jüdischen Einwohnern auch sehr viele Juden in solchen Wohnungen hat, die dann abgerissen werden müssen. Und in diesem Zusammenhang macht Speer im September 1938 den Vorschlag, dass man die jüdischen Wohnungen registriert, um die Juden aus diesen Wohnungen herauszuholen. Und darin die Menschen unterbringen soll, die aus den anderen Wohnungen, die abgerissen werden müssen, die Deutschen, dann darin umzusiedeln. Juden aus 15.000 bis 18.000 Wohnungen werden auf diese Weise für Speers Vorhaben vertrieben. Speer arbeitete, was er später sehr geschickt vertuscht hat, lange Zeit, sehr eng mit Heinrich Himmler zusammen. Denn diese Menschen, die aus ihren Wohnungen herausgesetzt wurden, in Juden, sogenannten Judensiedlungen landeten, landeten auch auf den Deportationslisten der SS. Und in Speers Generalbauinspektion wurden schon 1938 solche Deportationslisten, solche Listen angefertigt, die dann tatsächlich auch dazu führten, dass ab 1940, 1941 diese Menschen nach Osten deportiert wurden und in Konzentrationslagern, Vernichtungslager landeten. Mit Beginn des Krieges verschleppen Hitlers Truppen auch massenweise Zivilisten nach Deutschland zur Zwangsarbeit. Speer braucht sie als Arbeitssklaven für seine monumentalen Großprojekte. Es ist ja nicht so, dass Albert Speer nur irgendwelche Punktbauten in Szene setzt. Also er ist ja beteiligt etwa an dem Bau von Konzentrationslagern. Er weiß genau, dass es Konzentrationslager gibt, wo es sie gibt. Er weiß, wie sie gebaut werden. Und für sämtliche Bauvorhaben werden natürlich auch Sklaven eingesetzt. Das weiß Speer und er setzt sie selber ein. Kriegsgefangene, KZ-Häftlinge werden zu seinen Bauten gezwungen. Wie selbstverständlich, das gehört für ihn einfach als Normalität der Diktatur dazu. Etwa 13 Millionen Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene und Häftlinge arbeiten während des Zweiten Weltkriegs im Deutschen Reich. Auch in der Organisation Todt, der paramilitarisch organisierten Bautruppe des Rüstungsministeriums, werden sie eingesetzt. Ihr Leiter, Fritz Todt, steht im ständigen Austausch mit Speer. Schon als Generalbauinspektor und als verantwortlicher Architekt für Nürnberg war Speer permanent mit Logistik und Organisation beschäftigt. Dann beginnt der Krieg und es soll erstmal natürlich nicht weitergebaut werden. Wer braucht ein deutsches Stadium in Nürnberg oder einen Triumphbogen in Berlin, wenn gerade Krieg geführt wird? Also baut Speer während des Krieges von September 39 an vor allem Rüstungsinstitutionen für Hermann Göring, also Rüstungsfabriken. Und als Fritz Todt beim Flugzeugabsturz ums Leben kommt, ist aus der Sicht von Hitler Albert Speer die absolut logische nächste Lösung, weil Albert Speer im Grunde genau das Gleiche wie Todt schon seit Jahren macht, nur in einem kleineren Rahmen. Speers Ernennung nur wenige Stunden nach dem tödlichen Absturz im Februar 1942 kommt dennoch für viele überraschend. Doch Speer weiß sein neues Amt auszufüllen. In dieser Situation 1942 war ja der Blitzkrieg gegen die Sowjetunion schon gescheitert. Das heißt, man musste sich auf einen längeren Kampf, auf einen längeren Krieg einstellen. Und Speer schafft es jetzt ab 1942 innerhalb von zwei Jahren die Rüstungsproduktion mehr als zu verdoppeln. Und wie schafft er das? Indem er mit Zwangsarbeitern arbeitet, mit KZ-Häftlingen arbeitet, aus ganz Europa im Grunde Arbeiter zwangsrekrutieren lässt und nach Deutschland verschleppen lässt. Für Speer sind sie Kriegsmaterial, das möglichst effizient einzusetzen ist. Speer war in seiner Funktion als Generalbauinspektor und später dann auch über die Organisation Todt, aber vor allen Dingen als Generalbauinspektor zuständig dafür, knappe Bauressourcen an unterschiedliche Träger zu verteilen. Er hatte in dieser Funktion Mauthausen besichtigt und Himmler da dafür gescholten, dass er die Unterbringung der KZ-Häftlinge viel zu großzügig gestaltete. Und verlangte dann von Himmler ab sofort die Unterbringungsmöglichkeiten für KZ-Häftlinge noch viel spartanischer zu gestalten, als das in Mauthausen der Fall war. Wenn man sich Mauthausen anguckt, dann ist man überrascht über diese Sicht auf die Dinge. Als US-Truppen im Mai 1945 das Konzentrationslager Mauthausen befreien, lässt sich das Grauen erahnen, dem die Häftlinge ausgesetzt waren. Mehr als 100.000 Menschen sind hier ums Leben gekommen. Ja, dadurch, dass er für die Rüstung zuständig war, war Albert Speer eben ein fester Bestandteil der Kriegsführung. Gar keine Frage, weil ohne Rüstung kein Krieg. Und Albert Speer war mehr, er war auch der Fanatiker nach innen. Man darf nicht vergessen, dass er auch öffentliche Auftritte hatte. Also im Oktober 1943 sprach er an die deutsche Jugend, wo er nicht nur davon sprach, dass der Fortschritt mit den Deutschen sei, sondern er fordert die Jugend auch auf, durchzuhalten, ihre Pflicht zu tun für den Führer und für die deutsche Rasse. Das heißt, alles das, was wir als rassistische Durchhalte-Rhetorik der Zeit kennen, dessen bedient sich auch Albert Speer. Bis kurz vor Kriegsende hält Speer Ansprachen, verleiht Auszeichnungen. Auch seine eigenen Leistungen als Reichsminister für Bewaffnung und Munition weiß er geschickt ins rechte Licht zu rücken. Die Legende vom Rüstungswunder ist auch eine zeitgenössische Erfindung, die weitgehend durch Speer in die Öffentlichkeit getragen wurde, weil er seine eigene Rolle natürlich damit in den Mittelpunkt stellen konnte, dass er im Dienste des Nationalsozialismus, im Dienste des Kriegs und des Endsieges nicht nur seinen Beitrag leistet, sondern in herausragender Weise dazu beiträgt. Er sprach ja immer vom Rüstungswunder und schrieb sich das selbst zu. Die neueren Forschungen haben sehr deutlich gezeigt, dass das eigentlich Ergebnisse von Rationalisierungsmaßnahmen waren, die schon in den 1940ern, 1941 ergriffen wurden und die dann langsam einfach zum Tragen kamen. Es liegt nicht an Albert Speer, dass da Steigerungen stattfinden. Und ein weiterer Effekt ist, dass die Statistiken nicht stimmen. Albert Speer hat Statistiken bewusst fälschen lassen, um ein anderes Bild in der Öffentlichkeit darzustellen. Selbst noch 1943, 1944, als vor allem nach dem Untergang der 6. Armee in Stalingrad der Krieg eigentlich verloren war, ist Speer derjenige, der Hitler weiter pusht und sagt, wir haben neue Waffensysteme, die Kriegsproduktion läuft auf hohen Touren, wir schaffen das. Und Goebbels an dieser Stelle schrieb in seinem Tagebuch, der macht uns ganz besoffen mit seinen Zahlen. Also Goebbels bleibt skeptisch, aber Speer ist tatsächlich derjenige, der zu einem der mächtigsten Organisatoren des totalen Krieges wirkt. Wollt ihr den totalen Krieg? Folgerichtig ist Speer als begeisterter Statist bei der von Goebbels inszenierten Rede im Sportpalast mit dabei. Jubel für einen aussichtslosen Krieg. Er wusste genau, dass er alles tun muss im Grunde, um diesen Krieg zu gewinnen. Denn die Furcht bestand ja spätestens seit 1942, 1943 vor allem. Was passiert danach? Was wird aus uns, wenn Hitler nicht mehr ist? Und werden wir vor Gericht gestellt? Es war eigentlich auch relativ bald klar, dass Kriegsverbrecher verurteilt werden würden. Also die Zukunft war unklar nach einem verlorenen Krieg. Dieser Krieg musste unbedingt gewonnen werden und Speer scheute da überhaupt nichts. Noch im Juni, Juli 1944 schreibt er, es müssten deutsche Studierende, und zwar weibliche Studierende, sollten doch jetzt in die Kriegsproduktion mit übernommen werden. Er hat mindestens 30.000 und man sollte doch sofort einen Abiturientinnen-Jahrgang auch für die Kriegsproduktion verpflichten und er solle sich dafür einen Führerbefehl holen. Im Führerhauptquartier Wolfsschanze stellt Speer Hitler neue Waffenentwicklungen vor. Als am 20. Juli 1944 hier ein Attentat auf den Führer verübt wird, fordert Speer eine weitere Radikalisierung des totalen Krieges. Im letzten Kriegsjahr sind mehr Menschen ums Leben gekommen, als in allen sechs Kriegsjahren sofort zusammengenommen. Und an jedem Tag sterben mehr als 16.000 Menschen. Das ist eine direkte Verantwortung dieser Kriegsverlängerung von Speer, Himmler und Goebbels in dem letzten Kriegsjahr. Speer beginnt zu verstehen, dass der Krieg nicht mehr gewonnen werden kann. Und legt Schriftstücke an, die nach der Niederlage zu seiner Entlastung dienen sollen. Im Dezember 1944 ist Speer auf dem Weg durch die Ardennen an der Westfront. Vier Monate später kapituliert das Dritte Reich bedingungslos. Viele Nazis waren ja auf der Flucht. Speer floh nicht. Speer begab sich nach Flensburg zur letzten Reichsregierung. Unter Admiral Dönitz. Denn Speers Selbstverständnis war, ich bin ein hoher Staatsmann. Ich habe große Verantwortung getragen, trage immer noch Verantwortung. Und er hoffte auch, dass er vielleicht das Nachkriegsdeutschland noch irgendwie mitgestalten könne. Er organisiert seine privaten Angelegenheiten. Er bringt Geld zur Seite. Er schafft seine Familie vom Obersalzberg runter, nach Schleswig-Holstein, nach Kappeln. Also er organisiert seine privaten und auch beruflichen Angelegenheiten und wird dann mit dieser Regierung Dönitz tatsächlich am 23. Mai 1945 in Flensburg verhaftet. Als die Briten ihn festnehmen, ist er gerade mal 40 Jahre alt. Mit Instinkt und strategischem Geschick erfindet der Architekt nun eine neue Rolle für sich, um in der Nachkriegszeit zu überleben. Er schlüpft in die Rolle des wertvollen Informanten. Speer beginnt schon bei den ersten Befragungen im August 1945 in Kransberg im Taunus seine Nachkriegslegende zu stricken. Er wird dort von einem amerikanischen Verhöroffizier befragt und erklärt ganz klar, ich schreibe und erzähle euch, wie das Dritte Reich so funktioniert hat und wie diese Rüstungsindustrie funktioniert hat. Auch über Hitlers Leute kann ich schreiben, kann ich Auskunft geben. Dass er zu Hitlers Leuten gehört hat, zu diesem Inner Circle, sagt er natürlich nicht. Seine Person sparte er immer aus. Er hat jede Menge von Materialien aus dem Ministerium mitgenommen und redet und redet und redet über technische Details. Und die Interviewenden sind total begeistert, dass er so viele Details hat und so viele Materialien hat und nehmen das alle mit und bekommen das Image. Ja, da ist ein Technokrat, der eigentlich so eine Art amerikanischer College-Professor sein könnte von seinem ganzen Auftreten her. Also so ein bisschen ein Rüstungsnerd, der sich sehr gut auskennt und der aber eigentlich so mit Ideologie nichts am Hut hat. Eigentlich bleibt Albert Speer sich ja treu. Er ist der eloquente, gebildete, durchaus sympathisch dahergekommene bürgerliche Kandidat. Und er kann die Karte sehr viel besser spielen nach der Kapitulation als andere NS-Größen, die einfach die Fähigkeit nicht haben oder die sagen, gar keine Lust haben, sich auf irgendwas einzulassen. Albert Speer macht das ganz geschickt, setzt sozusagen auf seine Lügengeschichten, auf seine literarischen Erfindungen. Naja, und die werden ja, je häufiger sie wiederholt werden, umso plausibler. Darauf hat er gesetzt und damit hatte er ja letztlich auch Erfolg. Im November 1945 beginnt in Nürnberg der sogenannte Hauptkriegsverbrecherprozess. Speer gehört zu den hochrangigsten Angeklagten. Er streckt sich eine Legende vom unwissenden Zeitzeugen zurecht. Und sein Auftreten kommt selbst bei den Richtern gut an. Er hatte eine sehr clevere Verteidigungsstrategie sich ausgedacht und war halt der einzige der führenden Nazis in dem Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess, der Ansätze von Reue zeigte. Also der sagte, dass gewisse Verbrechen des Nationalsozialismus auch tatsächlich Verbrechen wären, aber er dann halt nichts von denen gewusst hätte. Dabei kam natürlich sehr zu Hilfe. Er hatte sehr enge Kontakte zur SS und viel mit Himmler, Heidrich zusammengearbeitet. Dass die aber am Kriegsende tot waren und nicht mehr aussagen konnten. Von daher blieb halt seine Kooperation mit der SS im Prozess bestenfalls angedeutet. Hitler und der Zusammenbruch seines Systems haben eine ungeheure Leidenszeit über das deutsche Volk gebracht. Die nutzlose Fortsetzung dieses Krieges und die unnötigen Zerstörungen erschweren den Wiederaufbau. Entbehrungen und Elend sind über das deutsche Volk gekommen. Es wird nach diesem Prozess Hitler als den erwiesenen Urheber seines Unglücks verachten und verdammen. Er stellt sich also als Oppositioneller dar quasi, als jemand, der gegen diesen Krieg war, der gegen diesen totalen Krieg war, der versucht hat Menschenleben zu retten. Tatsächlich ist es so, dass Speer Millionen von Menschen auf dem Gewissen hat mit seiner ruchlosen Politik, mit der Politik des totalen Krieges. Aber nach Kriegsende tut er so, als habe er Menschen retten wollen, als sei es Hitler gewesen allein, der diesen Krieg habe verlängern wollen. Dabei war es Speer, der Hitler davon überzeugt hat, dass man diesen Krieg noch gewinnen könne und dass er durchhalten solle. Das heißt, man ist eigentlich Opfer. Opfer von Technik, Opfer von Hitler. Und das war etwas, was genial in die Selbstwahrnehmung der Deutschen passte, die sich auch als Opfer von Hitler und als Opfer von irgendeinem Schicksal sahen. Zwei zu zwei lautet das Urteil der Jury. Nur dieser Gleichstand rettet Speer vor dem Tod durch den Strang. 20 Jahre Gefängnis muss der ehemalige Rüstungsminister nun in Spandau absitzen. Auch die nutzt er klug für seine Außendarstellung. Speers Erinnerungen, die 1969 veröffentlicht worden sind, wurden ein Weltbestseller, verkaufen sich bis heute. Speer lieferte für sich selber, auch für alle Deutschen eine Entlastungserzählung. Und die Vorstellung, dass man gar nicht schuld gewesen sei, dass im Grunde eine Naturgewalt, ein Dämon alle Deutschen manipuliert habe und belogen habe, das ist etwas, was Speer beschreibt, war natürlich eine unglaubliche Entlastung. Nach seiner Entlassung lebt Speer gut von den verfassten Erinnerungen. Nicht nur finanziell ist er durch die Weltbestseller saniert. Auch für sein Image sind sie ein Gewinn. Albert Speer ist ja nicht verantwortlich für irgendwelche Bauten. Er ist mitverantwortlich für Verfolgung, für Vertreibung und Ermordung deutscher und europäischer Juden. Er treibt die Rüstung voran und damit den Krieg. Und dafür nimmt er das Leid und den vielfachen Tod von Zwangsarbeitern, von KZ-Häftlingen, von Kriegsgefangenen in Kauf, billigend in Kauf. Es ging ihm um die eigene Karriere, es ging ihm um Großdeutschland und darum, dass Hitler die Welt beherrscht. Und diese Verantwortung lastet auf seinen Schultern und normalerweise hätte er in Nürnberg niemals mit einer Zucht auf Strafe davon kommen dürfen. Albert Speer war ein Karrierist, der die NS-Diktatur rücksichtslos nutzte, um Reichtum und Macht anzuhäufen. Nach dem Krieg konstruierte der Architekt sein Meisterstück, die Geschichte des ahnungslosen Untertanen, der nur seine Pflicht tat.